Oh, es ist der Neue, oder? Wir kennen die Kisten immer nicht. Ja, es ist der Neue. Oh, er hat auch, dass er uns am Anfang der Runde sehen kann. Dass wir alle nebeneinander gespürt sind. Da kommt er angelaufen und vielleicht hat er mich schon gesehen. Ah, da ist er. Der Rinder. Let's go. Da ist er jetzt auch schon so zwei gesnaggelt, Emily. Ja, klar. Gesnaggelt. Nein, er hat mich geschlagen. Hä? Hast du doch, er verfolgt mich noch. Ich hab mir schon eine Wettung. Oha, Emily, wenn du ihn hier beim OP, wenn du Oliver und Playst, dass er rausspringt. Ich glaub, dann ist er gefickt. Wie, dass er rausspringt? Ich bin dumm, ich bin... Ach so. Ah ja, stimmt. Ich bin zu dumm, ich bin grad in seine Arme gelaufen. Oh. Du wolltest einfach mal ne Umarmung haben. Ich war einfach so weit von entfernt, dass ich rechts rum rumgelaufen bin und... Er hat Geiselhaken dabei. Vielleicht kriegen wir's aber noch fertig. Paul, wenn du es schaffst, wir retten, wenn... weil wir sind... Ach so, du bist... ja. Er kommt zu uns. Du musst retten gehen. Du weißt nicht, wo er hängt, ey. Ja. Ich hab die ganze Zeit voll laut Musik an. Ich hör das meiste, was er sagt, gar nicht. Ja. Kein Barbecue, glaub ich. Ne, hör doch nicht. Ich hab mich noch mal ärgern. So kann ich meine Taschenlampe... Nein. Die Taschenlampe. Nein, ich bin zu weit weg. Die Taschenlampe. Ja. Du siehst gleich schon wieder auf dem Spiel stehen. Warte, warte, warte. Warum darf er sich nach seinem zweiten Charge bewegen? Warte mal, er hat mich grad... ich hab keinen Stack verloren. Ich weiß nicht warum. Ich bin verwirrt. Ach so. Maybe hat der... Wenn man abhängt. Wie heißt... nein, 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 wie heißt denn das... Ja gut, entweder, dass wenn er abhängt oder... Ach man, ich vergesse mal... Na, unsterblich. Nicht unsterblich? Undying, doch, Undying, ja. Du stinkst, Felix. Ach so, ja, stimmt. Ah, ich hab's vergessen. Du bist alleine am Gin. Ja, ich komm zu dir. Hat mich schon wieder... Ich hab schon wieder einen Stack... Ne, ich lad's grad auf. Ich bin dumm. Wo? Muss ich jetzt wirklich jeden Survivor präsentieren, damit... Für die Quarks? Alles gut. Ich komm doch. Ich war nur direkt neben mir. Chill. Ich hab Hartwig bei mir. Kann ihm ein Keymoment. Kann ihm ein Keymoment? Läuft. Warum hab ich so viel heartbeat? Gefällt mir nicht. Ja, hat mich gesehen. Ah ja doch, er hat... Er hat das, wenn jemand abparkt. Das hat er dabei. Ja, genau. Genau, das ist ne super Wand. Genau, ja, ja. Okay. Oh, ich hasse diesen Killer. Ja, dass so ein Killer auch weiterlaufen kann, wenn er seinen Schatz aus seiner Fähigkeit raus hat. Das ist auch so. Oh. Du hast doch ne Tasche am Boden. Ist im Haus ein Gin? Ach so, Felix hat er... Ja, im Haus oben ist ein Gin. Welch find den denn? Oben. Wenn du Tür... Wenn du hoch gehst bei der Treppe, dann... Ähm... Links. Die Angabe fällt geradeaus. Was? Das ist... Das ist einfach lächerlich, dieser Killer. Das ist einfach lächerlich. Das war jetzt wirklich Luft. Das war wirklich Luft. Ne, ich weiß. Das ist halt... Bringt er... Ah, er will nicht zum Geisel auf Geiselhaken. Er bringt den extra weiter weg zum Geiselhaken. Warte, lass mal los. Ne. Ne. Also eben okay, das war noch leicht an der Wand. Aber gerade... Das war überhaupt nicht Wand. Oh. Nein, guck, ich rette dich gleich. Er ist ja nicht da. Ich hab mir gerade mindestens drei Beine gebrochen. Er weiß, wo wir sind. Hä? 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 Hä, wo hast du die Taschenlampe gelassen, Felix? Stimmt, ja. Der liegt da hinten. Wo? Wo denn? Ich hatte eben Spay geholt. Danke, Killer. Er will aber nicht dich. Ja, er lässt von dir ab. Ja, jetzt sag ich nicht. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab deine Dose dabei. Ja, Paul. Wo ist denn die Taschenlampe? Ähm... Hier links... Kannst du mir auch erst sein. Ähm... Das war... War das... Bei der Kiste? War das Killer-Check eben bei der Kiste? Ich bin oben im Haus bei der Welt. Also die beiden in der Kiste liegt das. Äh, wo wir eben nen Jen gemacht haben. Ich mit, äh... Paul mein ich. Ist der Jen schon bald? Wo? Welcher? Das ist ein Felix. Ah, er kommt hoch! Oh ja, ich hätt nicht unten den Faust rein gesehen. Ich fand hier irgendwo die Kiste. Egal, lass uns mit den Jen machen. Ist jetzt egal. Lass... Geht er nicht. Er rennt mir hinterher. Nach dem Jen, ich meine noch ein Jen weiter. Äh, Paul, er sucht mich. Wuuuuh! Ich hab ihn pelletzt. Er hat mich durch die Pallette gehittet. Junge. Er hat ungelog einen Meter in die Luft geschlagen. Kann ich... Also ein Meter waren nur Luft. Und er hat mich gehittet. Ich werd so... Der ist natürlich viel zu fest. Er fängt hier unendlich auf die Usen am Stück. Fackchen nicht. Er kommt in diese Richtung. Wir müssen weg. Mann, jetzt hast du über die Taschenlampe verloren. Ich bin mad. Weiter gerannt. Geht sie fahren. Touch, kannst du den Jen? Er ist bei mir gerade. Der Jen unten in den Haus war auch mal... Könnt ihr retten? Er ist bei mir. Er hat gesagt, ich geh zum Haus. Guck mal da... So, ich hab mir die Taschenlampe. Warum hast du jetzt denn... Warum hast du Dings abgelegt, Paul? Was? Ja, du hast da das Kit abgelegt hier. Gehst du. Hab ich nicht für seine Absicht. Ja, ich hab nichts abgelegt. Doch. Was soll ich abgelegt haben? Deine Jungfräulichkeit. Warte, komm mal her, Paul. Kann ich gar nicht abgelegt haben. Ich benutze gerade das Infinite in Joy of Gone. War schon. Du hast ja nicht anzeigen, was hier was ist. Du kannst du ja nicht anzeigen, was du hier was hast. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal nach rechts drauf. Komm mal mit. Verzeih. Hm, er hat nicht... Oh, er ist ja gar nicht offen. Oh mein Gott, er ist so verwirrt! Ja? Nein, scheiße! Ich weiß nicht, wo du dahinter anst. Pass auf, wegen Geiselhaken. Ja, sag mal, wenn du hängst. Ähm, ich hänge jetzt. Ihr seid näher dran. Oh, er hat ja gesagt was, du hast sogar monströser Schrein dabei. Ah, fuck. Was ist denn... Ich hasse dieses Spiel. Der Rettbau geht daher. Warum? Hey, ich hab ihn wieder auf mich gezogen, alles gut. Ja, voll, du kannst mich retten. Boah, hab nicht. Ich soll dich retten. Hey, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Er sieht jetzt, wo ihr seid, er sieht jetzt, wo ihr seid. Mach die Palette kaputt. Er will mich immer noch. Er will mich immer noch. Er will mich immer noch. Willst du es doch auch. Er ist an mir vorbei. Oh. Oh leee... Oh leee... Ja. Ich ba. Wir halten, Baby. Wir halten, Baby. Sag, wenn du hängst, Nico. ich hänge jetzt da kommt den inter zu dir ist auch nicht böse gemeint aber feld sollte mal aufhören so viel zu viel nur rumzuschleichen das kostet sehr viel zeit schaffst du es zu retten felix ich rette ja dieses einzige bei dem killer hier am leben hält weil er nicht die schwindigkeit durch die welt leidet weil er einfach kein normaler killer er ist nicht gut sich als terminator er kommt aber nicht zu mir ich gehe paul gleich retten ja ich gehe paul gleich retten kann ich nicht ich bin doch schon da ja eigentlich ich kann nicht von hier oben aktivieren er hat mich gesehen warum kann ich denn nicht von hier aktivieren bei der killer check ne egal ich rette dich jetzt einfach wer kann euch sehen ich müsste gleich nur eine sprühdose suchen ich hab nix ich kann ja immer noch die äh ja wenn wir uns mal wieder sehen ich bin neben dem haus an einem gem ja was was war da daneben oh gott bleibt weg von mir seid ihr oben im haus ja ich bin oben im haus ja ich bin oben im haus paul du musst dir in die sprühdose holen und bist gleich one hit was muss ich machen du musst dir in die sprühdose holen gibst du mir die flashback ja wollte gerade erst nicht da liegt jetzt einen schlüssel in die da wir müssen gleich loslassen was sagst du wenn du hängst so er rennt hoch aber nicht ganz hoch er rennt raus schlägt mein denn den ich eben angefangen hab und jetzt da irgendwo weggerannt ich werde bei ner scheiß kante hängen ich liebe dieses game einfach fuck dich ja ja natürlich war das ein hit ja ich glaube nicht dass du das findest du noch schon ja ich weiß das spiel ist so lächerlich ja 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 er hat verkackt da muss er noch hoch und noch verletzt werden lol ja ja doch er hat mich doch okay ja ich bin schlecht ich sag wenn ich häng dann müsst ihr loslassen er hat irgendwie auch nen keller ich hänge jetzt was los was los halt auch wie lange hält das daran nein ich bin vorangegangen ich hätte es warten müssen ich weiß ja nicht wie lange ich warten er rennt in eure Richtung ja wenn ich hänge und dann nachdem ich er hat viel zu früh gesagt dass du hängst ja also siehst doch wenn ich hänge hä er rennt ja das merk ich mir doch nicht es ist vom hart es ist vom hart es kommt zu dir Felix ja das ist nicht auch Paul du musst herkommen er fährt Felix wenn Felix wenn ist der ist nämlich bei mir irgendwo nein das freut mich Felix du hast dann keine ja einmal einmal ok ich fahr mich in den keller ah ne das ist noch irgendwo irgendwas nein da da ist noch ne Palette gewesen jetzt Paul die alte ah ne ich bin tot oh er er rennt rein hat Paul gesehen Paul hinterher er hebt nicht auf er hebt nicht auf hättest du nicht Flashlight das ist ein Flashlight ja wenn er zur Wand guckt mhm ja aber du stand seitlich da vorne er stand zur Wand Nico ich konnte ihm nicht Flashlight erzählen das das oh hallo das vohls hallo wieviel er hat er Paul ist tot ich weiß nicht wie man den killer loswerden soll außer wenn der der Und der Killer muss halt einen Fehler machen, anders kriege ich den nicht los. Ja, wir kriegen halt auch echt starke Gegner. Ich hab ja auch null Map-Knowledge. Ja. Ich kenn die Map auch noch überhaupt nicht. Das war das erste Mal, als ich auf die Map gespielt hab. Mann, danke. Aber, äh... Wir haben halt viel zu langsam gespielt. Wenn ihr spart euch viel zu viel Sprint Burst auf. Allgemein, warum Sprint Burst so? Weil der Tat nicht mehr so gut ist. Wann kommt der denn jetzt hier her? Das ist ja... Weil der Standing immer noch Strong. Aber Flink, Flink ist auch gut. Naja, man kann ja auch Sprint Burst spielen, nur... Man kann halt nicht die ganze Zeit nur... Stimmt. Und... Weil wir vergessen hier einen Schlüssel gezogen haben. Also... Ihr müsst halt einfach... Nichts mit anderen AFK rumlaufen. So, das ist halt... Richtig bad. Das ist halt nicht der Sinn von Sprint Burst. Der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Äh... Er hört dich sehr hoch wie du da rum. Der denkt bestimmt nicht, dass ich im Keller bin. Nun... Wie wie alles liegt. Hier liegt einfach alle. Sind alle gestorben hier unten? Ja... Ja, das ist die Frage ist, ne? Wo war jetzt die Hedge? Irgendwo hinten links. Oder was anderes machen, wo er Wion einbinden kann? Der will nicht eingebunden werden. Der ist keine Mumie. Doch, der will eingebunden werden. Der will auch entbinden, aber... Ach... Die war irgendwo hier... Ja, die war irgendwo hier hinten, aber... Keine Ahnung, wo die spawnen kann. Oh... Belastend. E-Mail, ist gut, da kann man auch hin? Ne... Hört mir rechts, guckt doch. Guckt... Ja, guckt euch bitte auch. Manchmal... Vielleicht sehe ich es nicht. Also ich... Hören tut man sie ja nicht. Guckt, reißt... Da in die Richtung? Ja, nur da in die Richtung ist halt auch der Ausgang. Deswegen hatte ich... Ja, das ist ja Ausgang. Ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass wir mit Grave eine Runde gewinnen. Oh, komm schon. So weit war die halt auch nicht da. Er ist ja ein Stück gerannt. Ah, da ist sie da. Ja. Sag ich doch. Aber doch klar, dass sie da ist. Ah. Sollen wir mal hintereinander mit der Hedge Escape? Dafür habe ich mich in eine Runde für euch geauftragt. Ja.